Ich steh' auf diese ganze Scheiße! Nachdem der Held den Zerschneider erhalten hat, kann er endlich die Arena von Bono betreten. Für den hast du beim Rap bitte Turnier gewartet. Für den Söldner Schmied Bennett! Meine Güte! Wie lange wollen die sich denn noch prügeln? Ich fand, dass Konstantino die Kasse in Lines hatte. So, dann probier ich mal den Zerschneider aus. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, du musst den Zerschneider schwingen. Wenn die so weitermachen, fallen die noch ins Wasser. Klappt ja ganz gut. Stell dir mal vor, ich müsste so einen Unsinn meinem Glurack beibringen. Hey, du Champion in Spree! Endlich hat hier jemand die Heilwurzel entfernt. Wären schon fast breite gegangen, weil keiner reinkam. Ach so, hm. Was macht dann 50 Goldstücke? Was? Spinnst du? Ich kann die Heilwurzel auch wieder aus meinem Inventar entfernen. Hm. Na schön. Ihr! Herr Pfarrer! Was ein Trottel! Warte kurz! Was denn jetzt? Arena-Leiter Bormor! Und seine Pokémon sind elektrisierend. Ach ja! Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gern Paralyse. Schon am eigenen Leib erfahren, oder wie? Na ja. Wie auch immer. Mein Glurack packt das schon. Glurack, bist du bereit? Auf geht's! Wer von euch ist dieser Bromor? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und das sind meine Pokémon. Ich mag meine Pokémon. Und wenn du meine Mädels auch magst? Oder lieber meine Pokémon. Dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Ganz schön teuer. Gut, dass ich eben da im Tür stehe, 50 Gold abgeknüpft habe. Hä? Was? Was? Ich will mich amüsieren. Hier. Schon entschieden? Ja. Einmal die Pokémon. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Los, Voltilam. Voltilam. Warum könnt ihr nicht einfach bei Pokémon der ersten Generation bleiben? Lefty, was ist das? Sieht für mich wie ein Schaf aus. Hey, wir nehmen gerade Pokémon auf. Und keine Tierdoku. Ach so. Na, von mir aus ist es ein Voltilam. Das wolle Pokémon. Voltilam speichern Elektrizität in ihren wolligen Fällen. Oder so. Sie vermeiden Kämpfe und haben ein sanftes Wesen. Aber dieses hier nicht. Los, du bist am Zug. Na schön. Kurak, los. Benutz Flammenwurf. Blumack. Voltilam. Donnerschock. Was? Dein Voltilam steht noch. Seine Wolle brennt halt nicht sehr gut. Äh, äh. Ich hab noch ein Ass im Ärmel. Los, Glurak, Erdbeben. Puh. Eine Bodenattacke. Gut zu wissen. Los, Voltilam. Donnerschock. Hey, was soll der Scheiß? Ha! Paralyse ist meine Spezialität. Aber dein Glurak hält echt was aus. Los, Voltilam. Das ist deine Chance, den Kampf zu beenden. Benutz Donnerschock. Glurak, stell dich nicht so an. Los, Erdbeben. Ja. Jetzt zeigen wir's ihm. Wow. Dein Glurak darf man echt nicht unterschätzen. Mein Respekt hast du. Aber den Puff-Orden bekommst du nicht. Los, Elektrik, zeig's ihm. Du, äh, ich meinte Elektrik. Sieht aus wie ein gelber Steingullum. Tja, unser Training mit Nadja und Sonja hat Elektrik ganz schön hart gemacht. Los, Elektrik, benutzt Donnerschlag. Glurak, schnell benutzt Erdbeben. Oh shit. Was? We have no Patten auf, Hining Donnerschock. Untertitelung des ZDF, 2020